Okay, sieht schon mal sehr vertrauenserwegend aus. Ich wechsle mal auf die. Sieben Granaten haben wir noch. Okay, das ist okay. Da können wir ein bisschen was wegsprengen, vielleicht von den großen. Oh ja, klar. Ist hier irgendwas? Okay, beilen wir uns mal am besten. Wenigstens Munition gibt's hier nicht zu knapp. Na komm schon, das schaffst du. Oh oh. Autsch. Das ist ja schon längst zu. Oh oh. Der hat aber gut getroffen. Oh no, nee. Woher haben die die Bomben? Oh oh. Oh oh. Oh oh oh. Oh. Uiih! 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 Dankeschön! Uiih! Nie冷たい! Uitikam特 supper! Uitikam特 Delichkeit Uitikam特 marker Du, jetzt bin ich aber ein bisschen enttäuscht. War's da schon? Natürlich nicht, Dankeschön. Ich wollte schon sagen, es geht doch viel zu schnell hier. Schön aus der Konzentration reisen, damit sie erst gar nicht die Möglichkeit finden, anzugreifen, wollte ich gerade sagen. Das können die anscheinend auch so ganz gut. Hallo? So, meine Herren. Jetzt ist hier Polen offen. Oh! Nein! 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 Sammel ein, sammel ein! So, hier, geh nochmal schnell hoch. Nicht drüber springen. Huiuiui! Was haben wir hier denn schönes? Schrotflintenmunition. Die sollten wir vielleicht mal nutzen, wenn wir die schon so zahlreich finden. Huuuuhh! Na ja! Also gegen... Aua! Gegen moderne Schusswaffen ziehen die ja jetzt... Mein Herr! Der lebt ja noch! Der lebt ja noch! Der lebt ja noch! Der lebt ja noch! Wohooo! Oie oie oie! Aua Aua Geht weg Tschüss Huuiuiui Jetzt haben wir Aua Aua Junge Jetzt haben wir sie aber, oder? Die Musik wenn kommt Müssten wir normalerweise gute Chancen haben Oder kommt jetzt der Uni Ich schau nochmal wo ich was abgreifen kann Dürfte ja jetzt an sich keine schlechte Idee sein Oh, haben wir so alles voll? Nein Na komm Und zack Hallo Hallo Oh, wie dumm Schade Tja, da hat er wohl einen Abflug gemacht Ich hoffe wir können nochmal gegen einen campen Also das würde mich schon ziemlich Freuen Ich glaube Jetzt neigt es sich wirklich dem Ende zu Wir haben Volle Munition Überall Schmeißfliegen, aber Volle Munition 629 Bergungsgut Schnotflinse Schalldämpfer Ah Aha Nö, brauchen wir nicht Was haben wir denn hier? Durch den Ah Ja Explodieren Sieht gut aus Fertigkeitspunkte Was nehmen wir denn da mal? Ähm Ausweichkillmeister Ja komm So, jetzt Müssten wir eigentlich Ausgerüstet sein Ähm Ausgerüstet sein Ah, ein Tagebuch Wir hatten Niemals Eine Chance Sie haben auf uns gewartet Hunderte von ihnen Wir haben es nicht mal bis zur Heiligen Kammer geschafft Wir hatten von Anfang an keine Chance Und jetzt warte ich darauf, dass meine Ahnen mich zu sich nehmen Ich kann sie hören Die Oni töten meine Brüder Fressen sie Verschlingen ihre Seelen So viel tot Ich Ich bin der Letzte Was ist mein Schicksal? Werde ich einer von ihnen? Ahnen erhört mich bitte Bringt mich von hier fort Bevor die Oni mich holen Bitte bringt mich ins Jenseits Lasst mich in Frieden sterben Also nach Frieden sah das hier jetzt nicht Unbedingt aus Mich würde nur mal interessieren Wem von denen hier die Äh, das Buch gehört hat Weil hier sieht keiner so aus Als wäre er in Frieden gestorben Naja, kann man ja jetzt Ah, eine Reliquie Eine Reliquie Kann man ja jetzt auch nichts mehr dann ändern Diese chinesische Töpferware ist Jahrtausende alt Könnten sie die Insel vor dem Aufstieg von Yamatai besucht haben? Ja, schöne Animation auf jeden Fall Dann gehen wir mal rein Dann gehen wir mal rein Dann gehen wir mal rein Ja, vielen Dank Dann gehen wir mal rein